Ja, meine verehrten Zuschauer, also mit jedem Tag häufen sich ja die sehr negativen und schlechten Nachrichten für das Kiewer Regime. Wir haben ja bereits gestern im Video gemeinsam darüber gesprochen, über die Situation jetzt in der russischen Region Kursburg. Die russische Armeer jetzt offensichtlich ihre Gegenoffensive gestartet hat mit dem Ziel, die ukrainischen Truppen aus der russischen Region wieder zu vertreiben und dabei auch schon erste Erfolge erzielt hat, was man unter anderem auch in Hand der Karte sieht von den Amerikanern vom Institute for the Study of War, wo schon entsprechende Gebiete vermerkt sind, die entweder schon durch die russische Armee komplett eingenommen und auch schon kontrolliert werden oder die jetzt zumindest umkämpft und somit in der grauen Zone sind, aber auf jeden Fall nicht mehr unter Kontrolle der ukrainischen Armee sich befinden. Dann haben wir jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gehört, auch seitens verschiedener westlicher Propagandamedien von wegen, dass es ja der ukrainischen Armee angeblich gelungen sei, die russische Offensive in Richtung der Stadt Pokrovs zu stoppen und die Lage dort zu stabilisieren. Genau eine solche Behauptung hat ja auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, der Herr Alexander Sirsky, auch ebenfalls aufgestellt. Allerdings, wenn wir uns hier die Karte anschauen, so sehen wir, dass die russische Offensive hier keineswegs gestoppt worden ist, sondern allerhöchstens ein wenig verlangsamt wurde, eben durch die Verlegung der ukrainischen Reserven und dazu auch sicherlich aufgrund der Entscheidung der russischen Militärführung, die Stadt Pokrovsk nicht frontal zu stürmen, ohne eben davor die Flanken abzusichern. Man sieht ja auch hier wiederum anhand der Karte der Amerikaner vom ISW jetzt hier zwei Gebiete, die dunkelrot markiert sind. Das markiert eben die Gebiete, die von der russischen Armee unter Kontrolle genommen worden sind in den letzten 24 Stunden. Also, dass da jetzt, wie gesagt, alles irgendwie gestoppt worden ist und ähnliches, davor kann ja hier überhaupt keine Rede sein. Schauen wir uns mal an dieser Stelle kurz an, was T-Online dazu schreibt. Die russischen Streitkräfte rücken weiter in der Ostukraine vor, wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War, das ISW, das sind übrigens die, von denen ich die Karte immer nehme, in ihrem täglichen Lagebericht berichtet. Demnach hat Russland wahrscheinlich die Ortschaft Lisovka südöstlich von Pokrovsk eingenommen. Gleichzeitig berichtet die Denkfabrik darüber, dass russische Streitkräfte Gegenangriffe in Kursk verschärft haben. Also in der Region Kursk, nicht in der Stadt natürlich. Geolokalisiertes Videomaterial, das am 11. September veröffentlicht wurde, zeigt russische Streitkräfte beim Hissen einer Flagge im Zentrum von Lisovka. Auch russische Militärblogger, auf die sich das ISW bezieht, meldeten die Einnahme der Ortschaft. Weitere geolokalisierte Aufnahmen deuten laut ISW darauf hin, dass die russischen Streitkräfte auch auf die Felder westlich von Marinovka vorgedrungen sind und die Ortschaft wahrscheinlich eingenommen haben. Ja, also soviel zum Thema, dass es der ukrainischen Armee gelungen ist, den russischen Vormarsch auf die Stadt Pokrovsk zu stoppen. Denn auch wenn der russische Vormarsch vielleicht ein wenig langsamer geworden ist, verzeichnet die russische Armee dennoch jeden Tag Geländegewinne, unter anderem auch an diesem Frontabschnitt. Wobei hier natürlich auch zu erwähnen ist, was ich eben gerade auch schon angesprochen habe, dass natürlich auch die russische Militärführung sich jetzt offenbar auch darauf fokussiert, Richtung Süden mehr vorzustoßen, um eben die Südflanke nachzuziehen, bevor man eben dazu übergeht, die Stadt Pokrovsk dann auch einzunehmen. Hier sieht man zum Beispiel an der Südflanke, wie es der russischen Armee inzwischen gelungen ist, die Stadt Ukrainsk in die Zange zu nehmen. Es gibt auch Berichte von Seiten russischer Militärblogger inzwischen auch, dass angeblich die ukrainische Armee schon aus der Stadt geflüchtet ist, aber dass es eben noch nicht bestätigt. Von daher warten wir da auch erstmal ab. Aber dass es auf jeden Fall russische Vorstöße in dieser Richtung gibt, das steht ja außer Frage. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass jetzt auch die Stadt Krasnagorovka südwestlich von Donetsk komplett durch die russische Armee eingenommen ist. Ebenfalls eine wichtige Festung der ukrainischen Armee seit 2014, die erstmal auch für Donetsk sehr viel Ärger verursacht hat und auch die russische Armee dort in dieser Richtung auch blockiert hat. Und nun ist eben auch diese Stadt komplett unter russischer Kontrolle. Dann haben wir jetzt auch unter anderem dadurch eine Situation, dass sowohl einmal nördlich von Krasnagorovka, also zwischen Krasnagorovka und diesem Vorstoßgebiet der russischen Armee in Richtung Pokrovsk und auch südlich von Krasnagorovka sich jeweils zwei Taschen gebildet haben, wo sich noch die ukrainische Armee befindet, wo es aber für die ukrainische Armee die Gefahr besteht, von den russischen Streitkräften eingekesselt zu werden. Von daher ist auf jeden Fall auch davon auszugehen, dass auch diese beiden Gebiete, also diese beiden Taschen von der ukrainischen Armee auch in absehbarer Zeit aufgegeben werden. Oder, wenn sie es eben nicht tun, werden sie dann von der russischen Armee eingenommen und im schlimmsten Fall dort eben auch eingekesselt, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Aber nicht nur dort, sondern auch weiter südlich verschärft sich die Lage für die ukrainische Armee wirklich dramatisch und zwar rund um die Stadt Ugledar, die ebenfalls zu einer Festung ausgebaut worden ist und wo die Russen ja schon seit ungefähr zwei Jahren vergeblich versuchen, diese Stadt einzunehmen und wo die russische Armee jetzt unter anderem auch aus östlicher Richtung auf die Stadt vorstößt, in die Flanke und in den Rücken der ukrainischen Gruppierung dort und jetzt auch in den vergangenen Tagen das Dorf Wodjanoje eingenommen hat, nordöstlich von Ugledar, was die Situation für die ukrainische Armee dort auf jeden Fall nochmal drastisch verschlechtert hat. Schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte an aus einem Artikel von Merkur eben genau zu diesem Thema und zwar hier erstmal die Überschrift Kessel an der Ukraine-Front. Russlands Truppen bringen wichtige Bastionen ins Wanken. Die Ukraine-Front ist weiterhin brenzlig für Kiew. In Donetsk droht eine Einkesselung. Trotz der Kursk-Offensive kann Russland kleinere Erfolge verzeichnen. Donetsk. Das russische Verteidigungsministerium berichtet von Erfolgen in der Oblast Donetsk im Osten der Ukraine. Russische Truppen sollen das Dorf Wodjanoje nordöstlich der Stadt Ugledar eingenommen haben. Von ukrainischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung über den russischen Vorstoß, wie das Portal Kiew Independent berichtet. Die Einnahme des Dorfes könnte Ugledar weiter gefährden und eine Einkesselung der Stadt nach sich ziehen. Die Eroberung Wodjanojes wurde derweil von der ukrainischen Monitoring-Gruppe Deep State bestätigt. Auf der interaktiven Karte von Deep State ist ein Vorstoß russischer Truppen Richtung Ugledar verzeichnet. Im Gegenzug scheint sich die russische Offensive bei Pakrovsk zu stabilisieren. Gut, da haben wir jetzt auch gerade gemeinsam festgestellt, dass das nicht ganz so der Fall ist, aber gut, lassen wir es hier mal so stehen. Doch die Situation bei Ugledar wird zunehmend brenzliger. Die Stadt an der Ukraine-Front liegt um die 50 Kilometer südwestlich von Donetsk, das sich schon seit Jahren unter russischer Kontrolle befindet. Bisher konnte die Stadt zahlreichen ukrainischen Angriffen statthalten. Gut, sie meinen damit wahrscheinlich russischen Angriffen, wenn es hier um Ugledar geht, denn Ugledar ist wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigungslinie im südlichen Donetsk-Oblast, also in der südlichen Oblast Donetsk. Federico Borsari, Mitarbeiter am Center for European Policy Analysis, CEPA, äußerte sich gegenüber Kiew Independent über die Bedeutung der Stadt für die Ukraine-Front. Der Verlust von Ugledar wäre nicht nur ein moralischer Schlag für Kiew im Ukraine-Krieg, da diese Stadt seit 2022 zahlreichen Angriffen standgehalten hat, sondern auch eine sehr ernste Entwicklung, die möglicherweise die Sicherheit des gesamten südwestlichen Teils des Gebietes Donetsk, der noch nicht besetzt ist, bedrohen könnte. Ebenso wie die Bedrohung der Südflanke von Pokrovsk. Ja, also im Endeffekt wurde hier genau das bestätigt, was ich schon seit langem sage, seit mehreren Tagen mindestens, dass es jetzt eben auch gerade im Südosten aus ukrainischer Sicht sehr, sehr schlecht aussieht und insbesondere auch mit dem Verlust von Ugledar sich die Lage nochmal deutlich weiter verschärfen würde. Ja, und auch in anderen Frontabschnitten rückt die russische Armee weiter vor. Wir werden da jetzt nicht nochmal im Detail eingehen, aber nur um sie mal kurz zu erwähnen, das ist einmal der Städtegürtel bei Toretsk, jetzt inzwischen auch schon in der Stadt Toretsk selbst, dann natürlich auch die Stadt Chasov-Yar, dann auch rund um die Stadt Seversk, wo sich die Schlinge um die Stadt immer enger zieht und auch im äußersten Nordosten aus ukrainischer Sicht bei der Stadt Kupiansk, wo ebenfalls die russische Armee immer weiter nach Westen vorrückt und sich immer mehr dieser wichtigen Stadt nähert. Also wir sehen, liebe Leute, es sieht weiter sehr, sehr schlecht aus für die ukrainische Armee, für das Kiewer Regime. Es wird einfach nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Sehen wir ja, dass die ukrainische Armee, der russischen Armee ja wirklich hoffnungslos unterlegen ist und selbst wenn es ihnen mal gelingt, vorübergehend zumindest, irgendeinen konkreten Frontabschnitt ein wenig zu stabilisieren, brechen dann wenig später die Russen wiederum an einer anderen Stelle durch und bringen die ukrainische Armee dann dort in eine wirklich sehr schwierige Lage. Also wirklich eine sehr, sehr aussichtslose und auch katastrophale Situation, in der sich jetzt die ukrainische Armee und das Kiewer Regime befindet und besser wird es garantiert nicht werden, sondern ganz im Gegenteil, wird es ja von Tag zu Tag immer und immer schlimmer. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.